Was sagt es über Deutschland aus, dass Wissenschaftler in reiner Weise dazu entscheiden, die Grenze zu setzen, bei ihrer Erkenntnis, dass der Klimakorloss, dieser aller lebenden Fuß, einfach nicht ernst genommen wird? Was sagt es über Deutschland aus, dass wir reihenweise Wissenschaftler ins Gefängnis stecken, anstatt endlich zu handeln? Wir müssen klar sein, die Regierung, die hat es nicht im Sinn.